Hallihallo, ich melde mich zurück nach langer Abstinenz von YouTube-Videos. Meine Lieben, es gibt wahnsinnig viel zu erzählen. Ich verstehe nicht, warum dieses komische YouTube-Aufnahmegerät mich derart in die Breite zieht und zusammenstaucht. Ich verstehe es nicht. Wie dem auch sei. Ich hoffe, euch allen geht es so gut wie mir, weil ich habe nämlich wahnsinnig Sensationsneuigkeiten in meinem Leben. Und zwar bin ich am 16. Mai bei TV Total. Da freue ich mich drauf. Und Ende Juni singe ich vom Brandenburger Tor. Ich meine, Leute, es läuft ganz gut. Ich freue mich, dass ihr mir immer noch die Treue... Danke. Und ja, eines möchte ich noch loswerden. Ich habe mich heute nämlich so schick gemacht, weil ich einer ganz lieben Freundin einen Besuch abstatten werde. Und zwar ist das die Niedel. Ich denke, einige von euch kennen sie. Die bringt heute ihr Album heraus. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Ich freue mich sehr auf sie. Ich habe sie lange nicht gesehen. Und ja... Wir gratulieren ihr alle mal herzlich, meine ich. Zum Album. So. Eine Minute 36. Das ist nicht zu lang. Da hat hier noch jeder zugehört. Drei und Viertel. Oh, gleich sind es zwei Minuten. Dann lasse ich es mal lieber. Ciao. Ciao.